So, was kaufe ich hiermit? Du hast mir halt dein Eigentum überschrieben. Eigentum belastet? Man sollte weniger davon haben. Mal wieder am Flughafen, diesmal Frankfurt. Diesmal geht's nach Los Angeles. Wir treffen gleich Sascha und Isa. Ich bin da. Ich bin jetzt schon fertig. Ich will ein Augenbrötchen. Ich hab hier so ein Proteinpulver drin. Das hat's auf jeden Fall auseinandergenommen. Hey Mark, läuft die noch? Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Das geht noch? Das geht noch? Weiter, weiter, weiter. That looks good. Die liegen. Die hatten schon bessere Zeiten. Geisteskrank. Dann gehen wir einkaufen. Nein, nein, nein. Das ist 17. Weg, 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 weg. Und wir gehen was essen. Oh, bitte. Schnick, schnack, schnuck. Ich zahl trotzdem. Mit der Gang, Alter. Wir sind hier Biker-Gang. Der Ben ist MC. Du wirst nur Mitglied, wenn du es schaffst, zwei Tequila-Shots zu trinken und ein Bier zu öchsen. Lassen wir das Shop-Name in Köln bewiesen beim Box-Kram. Ey, ich muss sagen, an der Bar schon hohe Preise. Mach mal was an der Bar mit Preisen. Wir gehen jetzt mal wieder nachschub holen bei Whole Foods. Lassen wir noch ein paar Avocados für 20 Dollar das Stück mitnehmen. Dann geht's ab ins Delilah. Delilah. Everything about this place screams Luxury. In der Rechnung gesehen, dass ein Shop 24 Dollar gekostet hat. The Shop's been amazing. Jetzt kann ich wieder einkommen. A lot of celebrities, too. I've seen Drake here. And German icons AJ Avenue or Sasha Hellinger. Wollt sie gerade mitnehmen? Ich finde es gut, dass du die 3D-Brille zurückgegeben hast. Hab ich? Hey, warum? Oh mein Gott! Ich hab deine abgegeben! Ich bin mit der rausgelaufen! Ich hab meine gesucht! Wir sind hier an dem Geheimtip, wo man gut das Hollywood-Sign fotografieren kann. Keiner weiß davon. Ich hab viele Tourismen. Wir sind auch Tourismen. Ich bin mit dem Geheimtip. 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 Anderes Problem mit dem Kollegen. Wollt! Weil den Parking ist halt weg. Hallo Guys, I need your ticket! Ich bin mit dem Geheimtip. Ah! Ich hab gar nichts gemacht! Ähm... Die ist schon fresh. Wie soll ich die reinfahren? Das war ein sehr, sehr geiles Training. Ich mag auch den ganzen Vibe in so einem Boxgym. Es ist so viel Tradition, so viel Geschichte dahinter. So ein bisschen Pölle geschlagen. Guck mal, wie ich schwitze. Es hat Spaß gemacht ohne Ende. Was? Yeah, run it, run it. Jubbeli hat Zeit. Die haben hier einfach gemerkt. Die haben Sandkasten aufgebaut. Bruder, was geht ab? Ja, ja, ja. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my hair, yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my Been ready, used to hold myself bad, myself a stink damn petty, gotta keep on chill, yeah Rent the way we... Sprachen lernen pappeln! Und ich bin gespannt halt, wie krank jetzt so ein The Weekend Konzert ist. 20 gesetzt, 10 Dollar. Ich habe 350 gewonnen. Ich denke mir so, okay, nach meinem Geburtstag muss Isas Geburtstag kommen. Auf die 14. 10 Dollar gesetzt, die 14 kommt. Vielleicht den Blackjack so mit euch, wenn ihr Bock habt, aber Roulette mag ich auch nicht. Wir schießen mit paar Nerf-Guns in den USA vor. Das ist so ein Hobby hier, das machen die Leute. Just keep the gun pointed at the target only, okay? Sacha, hör selbst von den Safety-Rules. Wie macht Keisel? An alle Valorant-Metalspieler CSGO-Akara. Ich weiß, warum die AK zu stark ist, aber auch zu schwierig mit Spray-Dom-Kacke ist. Musik 45 Minuten. 45 Minuten warten, bis wir ins dumme Gate hören. Musik Nicht gut aus. Wir bleiben hier eine Weile. Es sind noch 40 an, würde ich auch angucken wollen. Wir waren einfach zwei Stunden extra für Flugzeugen. Wir haben ein bisschen höhere Position, das können wir vielleicht ein bisschen schlafen können. Musik Don't get driven by! Musik 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 Wenn ihr hier seid, müsst ihr sicher gehen, dass ihr auch nicht mehr ganz hoch geht, weil hier oben ein Sicherheitsglas mehr hat. Das ist einfach ein geiles Ausblick. Das ist einfach ein geileser Gratulich. Die besten может auch ein geileser Gratulich. Und so ein geileser Gratulich. Nur vielleicht sollen die Einstellungen ja überall ausprobieren. Aber geht ein weiterer Augenblick. Und so dann geht's mir mob open. Das ist einfach hier. Für mich ist Liebe. Ich bin ganz sicher. 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 Dieser hat uns fett abgezockt. Nicht wirklich? Du warst nicht drauf, wie ich einmal Basketball gewonnen habe, du Idiot. Oh, Wade, was ein Spiel! Wow! Wir haben um 18 Uhr gebucht, wir kriegen einfach so random eine Mail, ja, ihr müsst um 17 Uhr da sein. Ja, okay, probably. Ladies and gentlemen, welcome to our new helicopter experience. For safety reasons, I please, um, uh, no, no. In case we crash into the water, you're gonna exit the helicopter. Is this who said it? Okay. You're rutina. Der plaintiff ist 없이, umSpider erhalten. Und deshalb habe ich am ahm hes Engineer und wie es um, ONEGRAAM unterstützt. birfte, übernekel in den b Kne ge 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 ge. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020